Die ESSO Deutschland in der Hohwaltswerft, aufgenommen während einer Hafenrundfahrt. Der Tanker lief am 23. Februar 1963 vom Stapel und wurde von der Hohwaltswerft gebaut. Die Taufe des 260 Meter langen und mehr als 38 Meter breiten 90.187 Tonnen Tankers, dessen Getriebeturbine 27.000 PSW leistete, übernahm Wilhelmine Lübcke, die Frau des damaligen Bundespräsidenten. Es war zu seiner Zeit das größte Schiff der deutschen Handelsflotte. 1964 wurde das Schiff mit einem Wulstbog nachgerüstet. Im November 1965 strandete das Schiff vor der libyschen Küste, konnte aber wieder flott gemacht werden. Dazu wurde der Tanker zunächst nach Marseille und anschließend nach Niapel in eine Werft geschleppt, um dort im Trockendock repariert zu werden. Trotz erheblichen Beschädigungen am Unterboden hielt das Schiff dicht und eine Umweltkatastrophe blieb aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte der Tanker bereits 60.000 Tonnen Öl geladen, welche vor der Bergung wieder abgepumpt werden mussten. 1976 wurde es zur Verschrottung in Taiwan ausgemustert. Hamburg damals ist der Kanal, wenn es um die Geschichte der Stadt Hamburg geht. Abonniere uns am besten sofort, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir zeigen euch auf diesem Kanal fast täglich spannende Einblicke und Fotos aus dem alten Hamburg. Aber auch interessante Gegenstände aus der hamburgischen Geschichte finden hier ihren Platz. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017